So, ich bin's mal wieder, euer Malte. In diesem Video geht's um tiefhängende Früchte. Und zwar geht's um organische SEO-Maßnahmen. Und ich hab ausgewertet, dass bei vielen Kunden von uns die Website bis zu 30 Mal mehr Traffic, beziehungsweise 50 Mal mehr Traffic bekommen und 30 Mal mehr Anfragen, wenn ein Blog da ist, der seit über einem bis zwei Jahren gepflegt wird. Also, man achtet drauf, gepflegt wird. Und deswegen schauen wir heute mal hier in die neue Suchkonsole rein. Habe ich ja gestern schon ein Video hochgeladen auf YouTube, wie das aussieht. Wer das Ganze noch nicht hat, kann mal bei uns auf die Berater schauen. Hier haben wir einen Blog-Beitrag, tue ich auch unten in die Description rein. Hier kommt man unten zur neuen Suchkonsole, wenn du den Zugriff darauf noch nicht von Google bekommen hast. Hier oben rechts kannst du dann dein Property auswählen. Ich wähle natürlich hier zum Beispiel mal meinen Premium-Kratzbaum aus. Und hier können wir uns sehr schön jetzt angucken, was tiefhängende Früchte, also Low-Hanging-Fruits sind. Nach meinem kleinen Vorspann geht's los. So, wie jeder von euch weiß, ist es natürlich so, dass, um bei einem Haupt-Keyword oben zu ranken, also unter den ersten drei Positionen, wir schauen uns mal so ein Keyword an hier, wie zum Beispiel Kratzbaum an sich als Keyword als solches, das ist natürlich mega hart. Und da braucht es manchmal auch echt mehr als ein Jahr. Oder manchmal sogar ein bis zwei Jahre, bis man wirklich da oben rankt. Wenn man natürlich richtig fix ist, sich eine hohe Autorität aufbaut, durch Blog-Beiträge, durch Backlinks und durch Aktualität des Contents, kann das natürlich schneller funktionieren. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass Google sehr darauf bedacht ist, vor allen Dingen auch aktuelle Inhalte und vor allen Dingen Blogs, die gepflegt werden, dafür zu honorieren. Denn die meisten Websites, die da draußen existieren und gut ranken, sind leider immer noch, sag ich mal so, alte Seiten, die aber eigentlich nicht so wirklich gepflegt werden. Und dass mal so ein einzelner Blog-Beitrag auch regelmäßig gepflegt wird, das ist wirklich selten da draußen, muss ich zugeben, ist selbst für uns manchmal extrem schwierig. Aber das merkt Google und belohnt es auch definitiv. Das ist ja einfach nachzuverfolgen, indem Google einfach schaut, was verändert sich auf den Seiten im Verlauf der Zeit. So, was sind aber jetzt Low-Hanging-Fruits? Und zwar, wenn du in deiner Suchkonsole bist und hier auf Status gehst, auf Leistung, dann kann man jetzt inzwischen in der neuen Suchkonsole sich ja hier die Position, okay, das ging früher auch, anzeigen lassen. Aber wir haben hier die Zeilen, die ich filtern kann. Und hier finde ich, dass es jetzt sehr wichtig ist, dass ich die Position filtern kann. Und zwar zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte nur Positionen haben, die zum Beispiel 11 sind. Position 11. Ich kann sagen, ich möchte Position 12 sehen. Ich möchte Position 13 sehen. Oder ich sage, ist zum Beispiel größer als Position 10. Dann gehe ich mal auf Enter und sehe, ich habe hier zum Beispiel 13,5, 13,4. Und das sind die Low-Hanging-Fruits. Ganz kurz als Gegenteil, die, mit denen man es schon geschafft hat, also sozusagen sowas wie Cash-Chaos oder Traffic-Chaos in dem Moment. Das wären dann die, wenn ich hier draufgehe und sage, okay, kleiner als. Also ich möchte nur Keywords haben, die kleiner als 10 sind zum Beispiel. Dann sehe ich die Keywords, mit denen ich durchschnittlich auf Seite 1 ranke. Hier sehe ich zum Beispiel, dass ich durch das Keyword Premium-Kratzbäume auf Position 1,2 im Durchschnitt bin. Aber ich sehe auch, dass diese 8,5er hier, das sind natürlich auch Low-Hanging-Fruits. Denn wenn ich mit coole Kratzbäume hier, schauen wir mal, wie viele Impressionen wir bekommen. Wenn ich mit coole Kratzbäume zum Beispiel es schaffen würde, durch meinen Blog zum Beispiel, indem ich einfach mal einen langen Blogbeitrag über coole Kratzbäume mache, da sie es dann schaffen könnte, hier von 5,3 auf Position 1 oder 2 zu bekommen. Und dann würde ich von diesen 50 Impressionen deutlich mehr Klicks bekommen. So, jetzt ist natürlich auch interessant, was sind noch Low-Hanging-Fruits hier? Und zwar die, die natürlich auf Seite 2 sind. Da würde ich dann sagen, alles, was größer als Seite 1 ist, also ab Position 10. Obwohl ich das immer so witzig finde, man geht immer davon aus, dass auf einer Suchseite nur 10 Ergebnisse sind. Das stimmt gar nicht. Du kannst nämlich einstellen, dass auf einer Suchergebnisseite auch 20 Positionen sind oder auch 50 Positionen geht, glaube ich, auch. Kannst du mal nachprüfen. Also manche Google-Benutzer können das umstellen, aber im Regelfall sind es natürlich 10 Ergebnisse. So, jetzt sehen wir hier, was sind hier die Low-Hanging-Fruits, die tiefhängenden Früchte, die geerntet werden wollen, womit man sozusagen im übertragenen Sinne auf Platz 1, 2 oder 3 kommen will. Und zwar natürlich hier Kratzbaum selber zusammenstellen. Das Erste, wenn das hier mein Business wäre, wenn ich von Kratzbäumen leben würde, ja, dann würde ich natürlich hier einen Blog-Beitrag schreiben zum Thema Kratzbaum selber zusammenstellen, dass man das zum Beispiel bei mir machen kann, dass man das anfragen kann persönlich und dann würde ich es 100%ig schaffen, ja, von Position 13,5. Das ist wirklich easy, durch einen guten Blog-Beitrag, sag ich mal, höher gerankt zu werden. Wenn du jetzt deine Potenziale komplett ausnutzen willst, ich denke, das ist leicht zu verstehen, dass man hier analysiert und schaut, okay, welche sind meine Potenziale, die ich habe. Und da finde ich halt so geil und deswegen mal dieses kurze Video. Ich möchte wirklich hier kurz auf den Punkt kommen, wie solltest du mit einem Blog zum Beispiel dein Business optimieren. Da finde ich es so interessant, dass halt mehrere Leute mir in letzter Zeit so gesagt haben, ja, die Webmaster-Tools, die benutzen wir gar nicht so, wir messen denen nicht so viel Potenzial bei. Ich muss hier sagen, wenn ich hier drauf gucke und ich hier sehe, dass ich zum Beispiel auf 13,5 mit Kratzbaum selber zusammenstellen bin oder mit coole Kratzmöbel auf 11,7 und damit 32 Impressionen habe, ja, okay, das sind hier halt auch nur drei Monate, aber was man, wenn ich in Summe hier besser ranken könnte mit einem Blog, was ich dann verkaufen könnte, wenn ich ein geiles Produkt habe, damit könnte man hier richtig, richtig reich werden. Und deswegen mag ich halt dieses Konzept, sodass man sagt, wenn ihr ein Nischenprodukt habt, ja, also jetzt, ich meine jetzt keine Nischen-Website in dem Sinne, sondern ihr seid der Anbieter, ihr habt ein cooles Produkt, ihr kennt hier coole Potenziale oder ihr erkennt die coolen Potenziale, dass ihr diese dann auch bitte nutzt und dafür Blogbeiträge schreibt, ja, oder einfach schreiben, lasst, weil es ist wirklich ein einfaches, hier für diese Keywords, sage ich mal, gut zu ranken, zum Beispiel Kratzbaum individuell zusammenstellen. Schauen wir uns mal so ein Keyword gesondert an, was jetzt natürlich super interessant ist, ist, dass ich dann hier unten gucken kann, wie viele Klicks habe ich die letzten drei Monate bekommen. Geil ist ja auch in der neuen Suchkonsole, dass ich das Ganze vergleichen kann, also die letzten drei Monate zum Beispiel mit den letzten drei Monaten davor oder hier zum Beispiel drei Monate mit dem vorherigen Beitrag, äh, Monaten meine ich. Da kann ich dann vergleichen, also ich bekomme alle drei Monate im Schnitt drei Klicks oder war jetzt so die letzten zwei Monate. Und was halt mega geil ist, dass ich dann sozusagen hier den Anstieg sehen kann, in dem Fall gibt es keinen Anstieg, aber ich kann halt jetzt inzwischen länger als 90 Tage zurückgehen, das ist schon mal sehr, sehr cool, wie ihr hier seht. Und ich kann auch gucken, das ist jetzt ganz wichtig, dass ich hier unten Seiten sehe, also ich sehe, dass meine Startseite dafür rankt und ich habe nicht mehr in der URL mein Wort individuell, ja, so wie ich jetzt hier zum Beispiel hier drin habe, individuell. Und wie jeder von euch weiß, wer jetzt in der SEO-Grundschule aufgepasst hat, ja, wenn das Wort in der URL vorkommt, zeigt es an Google, boah, mega, es geht um individuelle Kratzbäume, ja. Und jetzt gucken wir uns mal diese Seite hier an, dafür gehe ich mal auf diese Seite drauf. Ich muss die in die Zwischenablage kopieren, es ist ein bisschen schade, dass ich nicht direkt drauf gehen kann. Ich kann zum Beispiel sehen, boah, in der URL ist nicht das Wort individuell. Wenn ich hier runtergehe, dann ist hier nicht das Wort individuell. Und eigentlich, wenn ich jetzt eine Unterseite hätte, einen Blogbeitrag dafür erstellen würde, würde ich hundertprozentig mit diesem Blogbeitrag besser ranken für dieses Keyword. Und was jetzt halt super interessant ist für euch zu wissen, das ist halt so, dass ihr sehr schnell erkennen könnt, ob ihr Potenziale nutzt oder eben nicht nutzt, also diese Low-Hanging-Fruits. Weil wenn ihr nämlich seht, dass ihr in den letzten zwölf Monaten zum Beispiel mit eurer Startseite am besten gerankt habt, dann ist das jetzt hier bei mir so, weil das eine Demoseite ist, aber ihr könnt sehr schnell erkennen, wenn dieses Verhältnis so von meiner Startseite so signifikant auf die Startseite fällt, dass ihr auf keinen Fall eure Potenziale ausnutzt. Denn normalerweise versucht Google die richtigen Inhalte für die richtige Suchanfrage zu ranken. Und wenn ihr einen starken Blog habt, wird euer Blog weitaus mehr Traffic bekommen als eure Startseite. Und das sind Low-Hanging-Fruits, die darauf warten, genutzt zu werden. Und ich habe, wie gesagt, schon Seiten gesehen, bei denen das Verhältnis zwischen Blog und Startseite anders ist, bei denen der Blog sehr viel Traffic generiert und bei denen die Potenziale sozusagen genutzt werden und dadurch werden deutlich mehr Anfragen generiert, als wenn die Leute direkt auf die Startseite gelenkt werden. Weil die Besucher sich dann erstmal über dein Produkt informieren können und dann später auf die Startseite gehen, weil sie sich überlegen, deine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und das entspricht viel besser der heutigen Customer Journey. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem Ranking. Bis dann, dein Malte.